Goebbels verbietet dann auch die Filmkritik. Kritik wird als etwas Jüdisches identifiziert. Wenn ich euch jetzt frage, wer hat die Berlinale in diesem Jahr gewonnen, dann wisst ihr das nicht, aber jetzt kommt meine Pointe, ich weiß es auch nicht. Dass man immer auch jene fördert, die eigentlich kommerziellen Scheiß machen, auf deutsch gesagt, sorgt man dafür, dass weniger Förderung an die anderen geht. Wenn das jetzt alles so Schuh des Manitou-Erfolge wären, dann würde ich ja sagen, okay, das Publikum will es sehen, dann ist es halt so. Aber es stimmt ja gar nicht. Das Publikum ist ja angewidert. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Wer ein Kino in Deutschland betritt, begibt sich auf eine gefährliche Reise. Denn wer die sicheren Häfen der großen Hollywood-Produktion verlässt, an den großen und kleinen westlichen und östlichen Indie-Filmen vorbeisegelt und selbst die Grenzgebiete der transatlantischen Koproduktion hinter sich lässt, strandet im Ödland des deutschen Films. In den Augen vieler in Deutschland ist diese fremde Heimat strengstens zu meiden, erschreckend banal und von dem Wüstensand ästhetisch und inhaltlich glatt gerieben. Falls sich erstaunlicherweise doch mal hier und da noch eine Kante offenbart, ist schon der nächste staatliche Prüfer anwesend, um alles freundlich, friedlich und frech im zahmsten Sinne zu formen. Doch zu ihrer Freude kommt das sowieso selten vor. Weil wer will schon die staatlichen Herren dieser Wüste verärgern? Denn sie gebieten über die finanzielle Lebensquelle in einem Land ohne Hoffnung auf eigene Finanzierung oder magisches Manner. Qualvoll zieht man sich durch das, was noch finanziell gut läuft und den Funktionären der Filmförderung gefällt. Von Komödie zu Komödie zu Komödie zu historischem Heimatfilm. Mit trockenem Mund, nicht vor Lachen oder Staunen, sondern genervten Gähnen. Und ohne sein Durst zu stillen, zieht man weiter. Unter dem hämischen Grinsen der Schweigers und Schweighöfers in die gähnende Leere. Wer sich entgegen all dessen tiefer in diese Ödnis traut, wird belohnt mit schon vergessenen oder gerade erst gefundenen Oasen der interessanten Unterhaltung und des viel vermissten kritischen Einblicks in die eigene Kultur. Einige Ältere erzählen davon, dass diese Ödnis mal ein glanzvolles Imperium mit internationaler Strahlkraft war. Deren glorreichste Taten, M, Metropolis, Caligari, wie mystische Wesen, von wenigen gesehen nicht mehr klar umrissen, sondern nur noch schemenhaft im kollektiven Gedächtnis verweilen. Als ein kleiner Gedanke, der ermöglicht zu denken, da war einmal mehr, zu hoffen, da könnte wieder etwas Besseres entstehen. Doch kann dieses Bessere gefunden werden? Gibt es einen Ausweg aus Kitsch und Komödie, einem Ödland, wohin man sieht, alles ewig gleich wiederkehrend, so dass man vergisst, wo Vergangenheit und Zukunft liegt, wo Manta Manta 2. Teil endet und Fuck You Goethe 3 beginnt. Wir fragen uns heute, wie ein Filmimperium fallen konnte, im Sand verging, wie die deutsche Teilung zwei Filmtraditionen entstehen ließ und schließlich in dem heutigen Ödland vereinte, wie die Nazi-Zeit den deutschen Film veränderte und der internationale Einfluss seine Spuren hinterlässt. Gleichzeitig sprechen wir darüber, wie wiederum der Deutsche den internationalen Film beeinflusst, welche Bedeutung Berlinale und Co-Produktion haben. Was die deutsche Filmlandschaft vereint, finden wir eine einheitliche Ideologie, die Alemannia, Manitou und Zettel zusammenschweißt oder eine unerwartet unterschiedliche Ideologielandschaft. Es ist die spezifische Art des deutschen Filmmachens oder einzelne schuldige Stücke wie Keinorhasen, die dafür sorgen, dass so viele keine Hoffnung haben, wenn wir vielleicht sogar entgegen aller Schwarzmalerei einzelne Hoffnungsträger entdecken. Leuchtende Wegweiser am sonst so sternarmen Himmel über dem deutschen Film, die uns den Weg ins gelobte Land zeigen, in dem wir nicht nur schauen, sondern sehen, wir werden sehen. Denn heute in unserer 112. Folge sprechen wir nicht alleine über den deutschen Film, sondern zusammen mit jemandem, der sich ausgezeichnet in diesem Ödland auskennt, der schon viele Jahre durch diese Wüste wandert, immer wieder die kleinen Lichtblicke des deutschen Filmes aufzeigt und etliche Oasen als Vater Morgana enttarnte. Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass dich dein Weg zu uns geführt hat. Vielen Dank für die Einladung und diese wunderbaren einführenden Worte. Und ich war, als ich die Einladung erhielt, etwas erstaunt, als dann die Fragen kamen, denn ich dachte, wir müssten über Anarchismus diskutieren. Und ich legte mir schon einige Argumente zurecht und dann waren es aber lauter Fragen zum deutschen Film, der dem Anarchismus relativ fern steht, wenngleich es auch anarchische Elemente vielleicht in ihm hin und wieder gegeben hat. Und dann habe ich geschaut, was ihr sonst macht und ich bin dann auf einen Facebook-Post gestoßen von euch. Da wart ihr bei irgendeiner Anarchistenkonferenz und es gab einen Kommentar, in dem gemutmaßt wurde, dass ihr in einem Hotel abgestiegen seid, was ihr dann negiert habt. Und ich hatte ein bisschen Sorge, denn wie immer ich zum Anarchismus stehe, feststeht, ein Hotelbesuch muss noch möglich sein. Ja, da können wir dich auf jeden Fall beruhigen. Tatsächlich sind wir jetzt letztens bei einer Veranstaltung in einem Hotel abgestiegen. Ich gratuliere. Ja, es war eine schöne Erfahrung. Wir waren wirklich hoch erfreut, dass es in so einem Rahmen auch noch für uns möglich ist, ein Hotel abzusteigen. Wir haben es eigentlich schon geschafft, in dem Sinne. Und vor allen Dingen ist es wunderschön, dass du heute bei uns bist, weil, wie ihr vielleicht ein bisschen hört, speziell bei Joshua, wir sind leider krank geworden. Deswegen ist es toll, dass wir heute nicht so viel reden müssen. Stell du dich doch einmal für die ganz wenigen, die dich nicht kennen sollten, auch bei uns in der Community, einmal vor. Wer ist Wolfgang M. Schmidt? Ich betreibe seit 2011 den YouTube-Kanal Die Filmanalyse, auf dem ich wöchentlich ideologiekritisch populäre Filme, meistens die der Gegenwart, analysiere. Ich habe außerdem einen linken Wirtschaftspodcast mit dem Titel Wohlstand für alle, den ich gemeinsam mit Ole Nümern betreibe. Und dann gibt es noch den Podcast zusammen mit Stefan Schulz, Die 29er, in dem wir einmal im Monat über den vergangenen Monat sprechen, viereinhalb Stunden lang, über alles Politische und Zeitgeistige, was uns angeht. Und heute wollen wir ja über die Ideologie des deutschen Films, oder generell eigentlich den deutschen Film, sprechen. Und ich nehme euch erstmal kurz mit, was wir da heute für euch vorbereitet haben, als Eckpunkte der Ausgabe. Zwar werden wir zuerst eine kurze Geschichte des deutschen Films durchnehmen, dann gehen wir über zu Die Welt und der deutsche Film, sprechen dann über die Ökonomie des deutschen Filmes, gefolgt von die Ideologie des deutschen Filmes, und am Ende werden wir uns dann auch noch über ein paar Lichtblicke unterhalten. Ja, in dem Sinne, würde ich sagen, starten wir auch mit, wie immer, der Geschichte. Vielleicht kannst du uns da ja mal ein wenig drüber erzählen, wie hat eigentlich der Film, wie hat das Kino in Deutschland begonnen? Weil entgegen ja dem Stand des deutschen Filmes heutzutage war Deutschland ja eigentlich eine recht wichtige Filmnation. Ja, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Also vor dem Ersten Weltkrieg gab es zwar auch schon Filmproduktionen. Man muss sich das ja auch als eine Industrie vorstellen, die ja sehr, sehr aufgeteilt war in kleine Produktionsfirmen. Also solche Kapitalkonzentrationen, die finden ja im Laufe der Zeit statt. Das heißt, wir hatten erst eine Vielzahl von kleinen Produktionsfirmen, die überall in Deutschland produziert haben. Aber natürlich gab es schon diese Hotspots München und Berlin, wie es ja bis heute eigentlich geblieben ist. Und wenn wir dann gleich mal nach dem Ersten Weltkrieg hineinspringen, dann können wir sehen, dass der deutsche Film da eine Weltgeltung erreicht hat, die er vielleicht nie wieder erreichte. Und doch müssen wir jetzt gleich ein bisschen Abstand davon nehmen, dass wir sagen, also da war eigentlich der deutsche Film in einer Größe, dass man glaubte, man konnte wirklich konkurrieren mit Hollywood. Na ja, also, wenn man das jetzt mal ein bisschen auftröselt, dann fällt auf, dass man sehr viele 20er-Jahre-Titel parat hat. Das Kabinett des Dr. Galligari, Dr. Mabuse, Metropolis, Nibelungen, viele weitere wären zu nennen, Nosferatu. Und dann fällt uns aber doch schnell auf, wenn wir so 30, 40 Titel vielleicht aufgezählt haben, dass es dann ganz düster wird. Das heißt also, der deutsche Film war natürlich damals auch eine Industrie, die Unterhaltungsfilme produziert hat, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. In Filme, die verschütt gegangen sind, die vollkommen vergessen sind. Man merkt das, wenn man sich mit Filmkritiken aus der damaligen Zeit beschäftigt, auch mit Kritiken von Siegfried Krakauer, dann sind da Filmtitel, die man noch nie gehört hat und die wird man auch nie mehr nachvollziehen können. Das heißt also, diese wirklichen Wegmarken der Filmgeschichte, die da in Deutschland produziert worden sind, sind in geringer Zahl entstanden. Und das relativiert vielleicht auch unseren heutigen Blick. Wir gehen ins Kino, gehen vielleicht siebenmal hintereinander in einem Monat ins Kino und sehen dann nur Mittelmäßiges oder nur Halbgutes und sagen dann, es läuft ja gar nichts mehr. Wo sind die großen Filme geblieben? Nun ja, die sind jetzt auch damals nicht wöchentlich entstanden. Aber man hat damals unter vor allem der Regie des Produzenten Erich Pommer es geschafft, Filme von Weltgeltung doch zu produzieren. Das waren nicht unbedingt die kommerziell erfolgreichen Filme, aber sie haben international Anklang gefunden. Deutschland war in einer schwierigen Situation, das hatte aber mitunter auch Vorteile. Wir hatten Anfang der 20er Jahre mit der Inflation hart zu kämpfen. Das bedeutet, eigentlich ist es ganz gut, wenn man hartes Geld aus dem Ausland bekommt. Also produzierte man auch in der Hoffnung, um Filme exportieren zu können in europäische Länder. Und wenn sie dann nur ein bisschen erfolgreich waren, also ein bisschen hartes Geld nach Deutschland floss, dann war das schon ein sehr großer Gewinn. So konnte man auch relativ teure Produktionen stemmen, wenngleich nicht jede teure Produktion sich dann im Nachhinein gelohnt hat. Aber auch hat man mit Erich Pommer jemanden gehabt, der verstanden hat, dass man anders Filme drehen muss, dass es nicht so sein muss, dass man als Filmstudio alles mitbestimmen muss. Also, dass wir da eigentlich den Produzenten als Regisseur haben, sondern der Produzent muss der Möglicher sein für den Regisseur. Der Regisseur wird also sehr stark in den Mittelpunkt gestellt, unter anderem dann Fritz Lang. Und das ist der Organisator verantwortlich für alles. Also er verwaltet zwar nicht das Geld, aber er muss das Geld beantragen und kann aber dann unter seiner Regie relativ viel machen. Also man hat dann diese großen Studios, man hat Babelsberg etc. und kann dort dann mit einem Gewerk auch sehr, sehr fähigen Leuten arbeiten und kann seine eigene Vision, die man als Regisseur hat, auf die Leinwand bringen. Das heißt, wir haben da eine frühe Stufe von Autorenfilmen. Das war etwas, was dann Erich Pommer eigentlich installiert hat. Es kam dann aufgrund dieser Kapitalkonzentration gewisse Entwicklungen, dass diese Filmstudios zusammengeschlossen wurden, immer mehr und mehr. Die UFA gründet sich dann Mitte der 20er Jahre, wird dann bedeutsam. Und der Film ist in Deutschland also damals zum einen geprägt von einem sehr guten Handwerk, von Regisseuren, die eine ziemlich große, lange Leine haben, an der sie arbeiten können. Also die Produzenten erscheinen, das Geld ist ja immer noch entscheidend. Man kann nur mit viel Geld einen Film produzieren, aber es gibt eine gewisse künstlerische Freiheit. Und dann gibt es bei den Filmen, über die wir heute sprechen, ja vor allem auch eine Orientierung an der deutschen Kunst, nämlich dem deutschen Expressionismus, wenngleich dieser Expressionismus in der bildenden Kunst schon etwas früher eingesetzt hat. Das heißt, der Film greift das eigentlich nur auf, was vorher die bildende Kunst schon auf die Leinwand gebracht hat. Und diese besondere Art des Filmemachens, also diese expressionistisch geprägte, ist dann besonders deutlich in das Kabinett des Dr. Caligari. Jetzt denkt man ja, jeder zweite Film muss so ausgesehen haben, das ist keineswegs der Fall. Also das Kabinett des Dr. Caligari ist dann in gewisser Weise auch schon wieder eine Ausnahme. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Versuche, Unterhaltung und Gesellschaftspolitisches zusammenzubringen, sowohl bei einem Film wie Dr. Mabuse wie auch bei Metropolis, wo Fritz Lange nicht für das Drehbuch verantwortlich ist, sondern Thea von Habu. Und man macht dort eigentlich etwas, was dann im deutschen Film verloren gehen wird bald, nämlich man erzählt spannende Unterhaltungsfilme, denn man muss kommerziell auch erfolgreich sein, man will ins Ausland exportieren, zugleich aber wird durch das Genre auch noch mehr über die Gesellschaft erzählt. Etwas, was wir aus Hollywood heute gut kennen. Wir kennen in Hollywood eigentlich nicht so sehr den Problemfilm, sondern wir fragen uns in Hollywood erstmal, wie können wir eine spannende Geschichte erzählen? Und dann kommen alle anderen Dinge dazu. Und das ist eigentlich auch eine Herangehensweise, die den 20er Jahre Film auszeichnet. Metropolis wird dann auch weltweit Beachtung finden, aber er wird kommerziell eigentlich nicht besonders erfolgreich sein. Wie hat sich das dann mit dem Nationalsozialismus weiterentwickelt? Das war ja dann, denke ich, ein ziemlich großer Einschnitt in der Filmgeschichte von Deutschland, weil dort Filme ja sicherlich eine ganz eigene Art der Funktion innerhalb der Gesellschaft dann neu bekommen haben. Zunächst mal muss man festhalten, dass schon vor 1933 sehr viele Regisseure und andere Filmleute nach Hollywood gegangen sind, weil dort einfach bessere Bedingungen herrschten, weil man dort die Möglichkeit hatte auf eine Weltkarriere, denn der Film war dann doch nie so der deutsche Konkurrenzfähig, wie man sich das eigentlich gewünscht hatte, wenngleich es ja auch deutsche Stars im Ausland gab. Also der erste große Star vielleicht im ausländischen Kino, also im amerikanischen Kino ist dann, also der ist dort bekannt beim amerikanischen Publikum, das ist Emil Jannings, den wir kennen aus Der Blaue Engel, der dort den Professor Unrath spielt. Jetzt müssen wir aber sagen, im Gegensatz zum amerikanischen Film hat man im deutschen Film ist eigentlich in den 20er Jahren versäumt oder nicht gewollt, ein Star-Kino hervorzubringen. Also wir haben nicht diese Leinwand-Idole, wie es das sonst im ausländischen Film schon gibt mit Rudolfo Valentino zum Beispiel. Ja, es gibt in den 10er Jahren Asta Nielsen, das ist ein bisschen anders, da finden wir das durchaus, aber in Amerika ist man viel mehr auf den Star fokussiert, zum Beispiel Mary Pickford wäre da zu nennen und das aber ist in Deutschland nicht so sehr der Fall, weshalb das auch für viele Schauspieler vielleicht gar nicht so interessant gewesen wäre, in Deutschland zu bleiben. Marlene Dietrich entscheidet sich ja auch nicht aus politischen Gründen, denn das war ja viel zu früh, um das zu erkennen, nach Amerika zu gehen, sondern weil man merkt, da kann man ein Star werden, sie macht hier in Deutschland den blauen Engel, der findet Anerkennung auch im Ausland und sie reist dann in die USA und macht mit Josef von Sternberg dort die Filme und später versucht Goebbels dann Marlene Dietrich nach Deutschland zurückzuholen und will aus ihr dann den deutschen Star machen, aber das hat sie natürlich dann nicht mehr nötig. Mit den Nationalsozialisten kommt dann in gewisser Weise ein Star-Kino, nämlich versucht man dort große an Hollywood angelehnte Stars zu etablieren, die aber ja dann so ein bisschen mehr der deutschen Sitte und Art treu sein sollen, also man etabliert beispielsweise Zara Leander als die gegen Marlene Dietrich, zwei völlig unterschiedliche Typen, außer dass die Stimmen der beiden sehr sehr tief sind und man macht also dann auch Unterhaltungskino, es ist aber so, dass man jetzt gar keine Pluralität mehr in dem Sinne im deutschen Film hat, sondern alles wird unter der Ufer gebündelt, egal wer gerade die Ufer leitet, eigentlich ist Josef Goebbels derjenige, der Entscheidungen trifft, der sogar Entscheidungen bei der Besetzung von Filmen trifft und wenn es da um die Besetzung von weiblichen Stars ging, dann war es auch so, dass das häufiger über die Bettkante von Goebbels entschieden wurde, wer dort tatsächlich einen Auftritt bekommt und wer nicht. Goebbels ist jemand, der genauso wie Hitler ein sehr großes Interesse am Film hat und auch ein Fan von Hollywood ist, es gibt ja solche Tagebucheinträge, habe den Führer zum Geburtstag sehr glücklich gemacht, habe ihm Disney-Filme geschenkt und solche Dinge kann man ja da finden und was Goebbels dort eigentlich möchte mit dem deutschen Film ist, dass er Propaganda macht, ohne dass man es so sehr als Propaganda entdeckt. Wenn wir über den NS-Film nachdenken, dann fallen uns natürlich solche Filme wie Jud Süß ein oder uns fallen Dokumentationen antisemitische wie der ewige Jude ein, aber was Goebbels oder Leni Riefenstahl natürlich, aber was Goebbels eigentlich möchte und wo er auch glaubt, das hat die größte Wirkmacht, ist spannende Geschichten erzählen, in denen Deutsche heldenhaft auftreten und er beklagt das in Tagebüchern immer wieder, dass das eigentlich nicht verstanden wird, dass man nicht so wie in Hollywood hier einen deutschen Film macht, in Hollywood sieht man Menschen auf der Leinwand heldenhaft handeln und so identifiziert man sie als Helden, in Deutschland macht man das ganz stark so, dass man sie auftreten lässt und sie sagen von sich, dass sie Helden sind, aber man zeigt es gar nicht, in wie weit sie sich heldenhaft verhalten und das ist ja, wir müssen jetzt auf den Film nicht näher eingehen, weil es eine sehr lange Analyse von mir gibt, aber das ist ja eigentlich diese Krux bei dem Film Jude Süß von Veit Haaland, sicherlich der bekannteste Propagandafilm, der auch von den meisten damals gesehen wurde, dass man zwar mit Ferdinand Marian diesen Oppenheimer so eine antisemitische Karikatur eigentlich zeichnen will, der Marian das aber so genial spielt und die Figur dann doch einigermaßen facettenreich ist, dass interessanter ist, als der Antipode, der brave, anständige Sturm, der einfach nur immer ganz stocksteif dasteht und immer sagt, das geht ja nicht, das ist ja unmöglich, was erlaube er sich denn hier, aber der natürlich überhaupt kein interessanter Filmcharakter ist, sodass selbst dieser so sehr antisemitisch propagandistische Film eigentlich noch so eine Hintertür auflässt, dass man sagen muss, naja, aber Oppenheimer ist schon die interessantere, faszinierendere Figur, also alles andere, was man hier in dem Film sehen kann und da sieht man eigentlich, wie schwierig das geworden ist. Ich will noch ein Wort ganz schnell sagen, wo wir bei Goebbels waren, zum Thema Filmkritik, also Goebbels verbietet dann auch die Filmkritik, Kritik wird als etwas Jüdisches identifiziert und 1936, 37 gibt es dann so einen Kunstbetrachter Erlass, der vorsieht, dass es keine Filmkritik mehr geben soll, sondern nur noch eine Kunstbetrachtung, also wohlwollend dem Werke gegenüberstehen, dem Publikum es erklären, die Schönheit ihm nahe bringen, aber es soll nicht mehr diese ätzende Kritik geben und damit endet dann auch eine andere deutsche Tradition, nämlich die der ideologiekritischen Filmkritik, die ja in den 20er Jahren in Deutschland entsteht, mit Siegfried Krakauer, aber überhaupt ist die Filmtheorie, kann man wohl sagen, in ihrem Ursprung sehr deutsch, also in Deutschland wird das meiste dazu publiziert, da beschäftigt man sich sehr früh mit Filmtheorie, mit dem, was eigentlich das Kino kann und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so, warum ist das in den 20er Jahren gerade in Deutschland publizistisch so wichtig und nicht in den USA, nun weil Deutschland glaube ich einen sehr großen Rechtfertigungsdruck hatte, Film galt und gilt hier mitunter noch bis heute als etwas, was nicht wirklich der Hochkultur angehört und so muss man eigentlich Theorie betreiben, muss also damit versuchen zu rechtfertigen, warum der Film auch als Kunst behandelt werden sollte und kann, das heißt dieser Rechtfertigungsdruck, der aus dem hochkulturellen Dünkel heraus entsteht, hat eigentlich die Theorieproduktion entfacht, während man das in den USA gar nicht so nötig hatte, weil man gar nicht diesen Konflikt kannte zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur. Das heißt, man muss das auch wirklich so sehen, dass nicht nur ganz viel von Filmkultur in dem Sinne von Filme machen eben zerstört wurde durch die Monopolisierung der Nationalsozialisten, sondern wie du es jetzt beschrieben hast, dass Filmkritik dann weitestgehend auch nach dem Ende der Nazi-Herrschaft erstmal tot war in Deutschland, weil die Leute dann auch ins Ausland gegangen sind oder ja tatsächlich dann umgebracht, verfolgt wurden. Ja. Wie hat sich das denn dann verändert mit dem Ende der Nazi-Herrschaft und dann eben der Übergang in die Teilung Deutschlands, also mit den zwei unterschiedlichen Systemen und damit natürlich auch zwei unterschiedlichen Arten und Weisen Filme machen, wo wir wahrscheinlich jetzt auch einfach nicht in der Tiefe drauf eingehen können, weil das natürlich etliche Jahrzehnte sind, aber vielleicht erstmal dann damit beginnt Westdeutschland. Was hat sich da verändert, vor allem dann auch mit eben der Öffnung Westdeutschlands für die alliierten Mächte und sicherlich damit dann auch, fände ich vielleicht ganz interessant drüber zu reden, wie auch Hollywood dann Einfluss auf den lokalen Markt genommen hat, ob man das vielleicht sogar den Einfluss amerikanischer Kultur dann als eine Art We Education auch über Filme gesehen hat und ob das auch ein interessanter Markt dann für eben Hollywood oder andere internationale Filmemacher wurde. Hollywood spielte in Deutschland in den 20er Jahren eine große Rolle und auch noch in den 30er Jahren, noch bis kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges hat man Filme aus den USA durchaus importiert. Hitler war sehr allergisch, wenn irgendwo deutsche Soldaten schlecht dargestellt wurden, dann wurden diese Filme nicht gezeigt oder er selbst machte ja auch immer Vorstellungen im Obersalzberg, zum Teil drei Filme am Abend, also es war für die Gäste durchaus ambitioniert, sich dem auszusetzen und war dann dort zu sehen, wie das deutsche Soldatentum verunglimpft wurde von einem amerikanischen Film beispielsweise, sprang Hitler mitunter auf, unterbrach die Vorstellung, sagte, wir hören auf damit und dann wurde ein neuer Film eingelegt, irgendwas Nettes mit Marika Röck und diese Tradition, dass Hollywood eigentlich wichtig ist für Deutschland, die dann unterbrochen wurde durch den Zweiten Weltkrieg, wurde wieder aufgegriffen. Nicht so viele Regisseure sind zurückgekommen, zumindest eher zögerlich und warum sollten sie auch, wenn sie in Hollywood erfolgreich waren, muss man nicht zurückkommen nach Deutschland, aber man hat dann Filme importiert, im Übrigen nicht alles, also es gab ja auch viele, die sich mit dem Nationalsozialismus dann kritisch auseinandergesetzt haben, das waren dann Filme, die nicht so gern gesehen waren, also man versuchte vor allem das unterhaltsame Piratenfilme, irgendwelche Filmnoirs oder so nach Deutschland zu importieren und das war dann auch sehr erfolgreich und man hatte aber sehr früh auch, und da spielte auch Erich Pommer wieder eine Rolle, sehr früh auch, der in Hollywood davor war, angefangen, dann eigene Filme zu machen, also Trümmerfilme, die sich in irgendeiner Weise mit dem Geschehenen auseinandersetzen, beziehungsweise jetzt mit der unmittelbaren Nachkriegszeit, zum Beispiel Film ohne Titel oder Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef, aber man hat tatsächlich nicht jetzt beispielsweise den Holocaust thematisiert, das kam ja alles sehr, sehr viel später erst, beim DEFA-Film ist man da anders vorgegangen, also zum Beispiel das Beil von Wandsbeck oder so wäre da zu nennen, da geht es schon in antifaschistischer Weise darum, sich mit dem Nationalsozialismus auseinander zu setzen, wie das im deutschen Film dann nicht stattgefunden hat und der westdeutsche Film weiß, dass er also überhaupt keine Chance hat auf Internationalisierung in dieser Zeit, man macht Koproduktionen dann irgendwann mit Frankreich und Italien, wie man das auch schon in den 20er Jahren gemacht hat, zum Teil auch ein bisschen mit Großbritannien, aber eigentlich produziert man für einen deutschen Markt. In den anderen Ländern, vor allem in Italien, tut sich ja filmästhetisch gewaltig viel, denken wir zum Beispiel an den Neorealismus. Das wird durchaus rezipiert von der deutschen Filmkritik auch, die dann so langsam entstehen ist, die aber nicht diese ideologiekritische Filmkritik ist, sondern die vor allem ja eine Servicekritik ist, die sich aber auch gründet aufgrund von evangelischer und katholischer Kirche. Also da gibt es dann irgendwann den Filmdienst von katholischer Seite und EPD-Film von evangelischer Seite und das ist auch sehr prägend dann für die deutsche Filmkritik und die 50er Jahre sind dann vor allem dominiert von heiteren Komödien, von Heimatfilmen und ein bisschen in den Krimi geht man hinein und da eigentlich gibt es dann eine gewisse Orientierung auch am amerikanischen Film, aber dieser deutsche Heimatfilm, der arbeitet ja mit Bildwelten, die aus Kitsch-Romanen bekannt sind, die man auch in nationalsozialistischen Filmen sehen konnte. Das heißt, man arbeitet eigentlich an einer ästhetischen Kontinuität und es ist ja auch so, dass bis auf ganz wenige Propagandaregisseure, die dann nach 45 wenig Chancen haben, etwas zu realisieren. Bei Veit Haaland dauert das ja auch, bis der wieder arbeiten kann. Bei den anderen, die also unverdächtig waren, die also Unterhaltungsfilme mit Johannes Seesters oder Marika Röck und Lilian Narwe gemacht haben, bei denen sieht man dann sehr wohl eine Kontinuität, dass sie anknüpfen an das, was sie bildsprachlich in den 30er, 40er Jahren gemacht haben. Das ist dann sehr dominant im deutschen Kino, zieht sich dann bis in die 60er Jahre hinein. Wir reden also hier immer von Westdeutschland, bis dann der neue deutsche Film aufscheint, bis also Leute wie Alexander Kluge beispielsweise sagen, dass Papas Kino tot ist. Also sie plötzlich nicht mehr in der Tradition der Väter stehen wollen. Sie begehen, wenn man so möchte, eine Art Vatermord und beziehen sich wieder eher auf das Kino der 20er Jahre. Nicht, weil sie glauben, da war das Kino mal groß, sondern vor allem, weil sie sich von diesem nationalsozialistischen Erbe lösen wollen. Und das sieht man dann besonders stark, dass ja auch jemand wie Werner Herzog noch mal Nosferatu dreht, also ein Remake anfertigt, dann in der Hauptrolle mit Klaus Kinski. Und in dieser Zeit ist die deutsche Filmkritik dann auch eine andere. Es gibt eine sehr auf das Ästhetische schauende Filmkritik, die sehr geschult ist durch das französische Kino, durch Nouvelle Vague, aber auch durch die französische Filmkritik, Cahier du Cinéma. Und zugleich gibt es aber auch die ideologiekritische Filmkritik, weil man nicht nur die Frankfurter Schule durch Surkamp und auch andere Verlage verlegt wird, sondern weil man auch sagt, wir müssen jetzt uns kritisch mit sowohl den deutschen Filmproduktionen, den Heimatfilmen etc. als auch mit Hollywood auseinandersetzen. Und da erlebt dann diese ideologiekritische Filmkritik eine Renaissance, die bis in die 80er Jahre geht. Ja, auch wenn wir jetzt nicht in aller Tiefe auch noch auf den ostdeutschen Film gucken können, aber vielleicht ein paar Sätze noch auf die andere Seite der Grenze, weil Theemann ist einfach ein super, super Propagandafilm aus der Zeit, den ich absolut liebe, allein schon aus so einem Trash-Faktor heraus. Und vielleicht kannst du einfach da so ein paar einordnende Sätze, wieso das grundsätzlich aufgestellt war in Ostdeutschland. Ja, in Ostdeutschland ist die DEFA zuständig für den Film vor allem. Und wir haben es dann in Ostdeutschland mit einem Filmmarkt zu tun, der ja in eine andere Richtung exportiert, also nach Osten hin. Und entsprechend sind dann auch die Sujets ausgewählt. Man exportiert natürlich ganz viel dann auch aus den verbündeten Ländern, nationalen Schulen. und sicherlich kennen wir auch in Westdeutschland einige Filme, zum Beispiel die Legende von Paul und Paula, soweit ich weiß, der Lieblingsfilm von Angela Merkel. Aber das spricht wirklich nicht gegen den Film. Diese Produktionen aber sind bis heute, also bis auf ganz wenige, bis heute eigentlich total unterbelichtet. Also das heißt, beim DEFA-Film lauern auch noch viele Schätze, die aufgrund der Geschichte verschütt gegangen sind. Man produziert dann ja auch in den Babelsberg-Studios, also man produziert zum Teil bei der DEFA dann in den Hallen, in denen Metropolis und andere große Filme entstanden sind. Das heißt, man knüpft zumindest räumlich an diese Tradition an, hat aber auch mit dem 20er-Jahre-Film denn eigentlich wenig zu tun. Versucht natürlich auch mit so einer eigenen Winnetou-Reihe ein bisschen aktuelle Trends aufzunehmen, aber es ist doch eine Filmschule, die versucht, eine andere Richtung zu nehmen, einen sozialistischen Realismus auch einzuführen, also die nicht so sehr an Hollywood ausgerichtet ist. Ja, ich finde das auch teilweise ganz interessant, wo jetzt in der Populärkultur man dann eben noch so diese Überbleibsel des DDR-Films sieht, also wo ich mich dran erinnern kann, wo ich vor allem eben das mitbekommen hatte, war dann eben über Sandmann auf Kika als Kind, wo ich dann auch sehr überrascht war, dass das eben eine DDR-Produktion war und genauso wie in vielen der Märchenfilme, die dann eben immer so in diesem Wochenendenprogramm beim Kinderfernsehen dann eben laufen oder an Weihnachten mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, der tschechische Märchenfilm ist schon ganz entscheidend, ja. Wir wissen ja auch alle, dass dann sich dann schließlich die DDR von der BRD einverleibt wurde, Deutschland wieder eine geeinte Nation war und damit sich sicherlich dann auch nochmal die Filmlandschaft stark verändert hat. Vielleicht können wir dann davon jetzt dazu übergehen, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie jetzt eben der deutsche Film im Jetzt ankam und auch, wie es eigentlich aktuell ist. Ja, wenn ich, ja, ich würde gerne einen Zwischenschritt machen, weil das doch für den westdeutschen Film und dann eigentlich auch den gesamtdeutschen Film so entscheidend ist. Denn man muss sich das hier so vorstellen, wir sehen heute so eine Dominanz der Filmförderung, darüber sprechen wir auch noch. Aber wir haben in den 60er, 70er Jahren auch ganz viele freie Produzenten, die durchaus mit den Filmen so viel Kasse machen, dass es sich richtig lohnt. Und das kann man zum Beispiel sehen an den Edgar-Wallace-Filmen, an den Winnetou-Filmen. Und man hat dann zum Beispiel mit Arthur Brauner dort Produzenten, die mit allen Wassern gewaschen sind und die so ein Gespür dafür haben, was jetzt gerade geht und die sehr, sehr schnell, sehr effizient drehen, die auch bereit sind, dann nachher mit Fassbinder zu drehen, weil bei Fassbinder immer sicher war, er verbraucht nicht mehr Budget, als er braucht. In der Regel ist er sogar noch zwei Tage früher fertig mit seinem Film. Und diese Richtung ermöglichte dann auch ganz viel Genre-Film, der in den 70er Jahren stark wird. Ich empfehle da die beiden Dokumentationen über den deutschen Film, die Dominic Graf gedreht hat. Da kann man sich sehr gut darüber informieren und ist ganz verblüfft, was so alles gedreht wurde. Also auch dieser ganze Schmutz der Reeperbahn, wie das dann auf die Leinwand kam und wie man mal richtig hartes Kino auch gemacht hat, richtig gutes Kino, wo auch nicht mehr diese perfekten Frisuren mit den perfekten Make-ups aus den Heimatfilmen mit Sonja Ziemann und Rudolf Prack zu sehen war, sondern plötzlich waren die Menschen dort, die geschwitzt, gestunken haben. Und das ist ein ganz anderes Kino, das aber dann nicht weiter verfolgt wurde, weil der deutsche Film und damit auch so das Problematisieren, das Politische so stark gemacht wurde, dass man vor allem Arthouse-Kino machen wollte. Und nun war Fassbinder jemand, der auch kommerziell erfolgreich war, aber man hat dann so eine Filmförderstruktur entwickelt, die auch sehr in die Richtung ging, dass man sagte, ja, wir wollen eigentlich die gesellschaftlich relevanten Themen machen, dafür finden wir auch international Beachtung, Fassbinder, Edgar Reitz etc. Und ich will die gar nicht irgendwie abwerten, nur ich sage, dass man aufgrund der Erfolge dieser Regisseure im Ausland sagte, jetzt richten wir uns sehr stark darauf aus und hat das andere sehr vergessen, beziehungsweise das ist dann das Fernsehen abgewandert, also in irgendwelche Fernseh-Krimis, die von erstaunlicher Qualität mitunter sind. Und ein Regisseur wie Alfred vorher war natürlich nicht mehr als großer Regisseur anerkannt, aber als Tarantino mal auf der Berlinale war und gefragt wurde, welchen Regisseur er besonders schätzt, von dem er gerne mehr sehen möchte, erwartete man natürlich, dass er Wim Wenders sagt, aber nein, er sagte Alfred vorher und hat damit doch für Erstaunen gesorgt. Das ist also etwas, was sehr dominant wird und dann Anfang der 80er Jahre stirbt Fassbinder. Damit stirbt in gewisser Weise auch dieser deutsche Film, aber die deutsche Filmförderung hält an ihm fest, die Funktionäre halten an ihm fest und führen ihn eigentlich bis heute fort in merkwürdiger Weise. Der andere Genre-Film, der hat es schwer, was dann sich aber ein bisschen auftut, ist der große Blockbuster, das Film-Event. Wir haben Leute wie Wolfgang Petersen, man denke an das Boot, auch das ist ein Film, der international sehr, sehr bekannt ist. Man hat die Bernd-Eichinger-Produktionen dann mit Christiane F., auch ein Film, der sehr, sehr populär wurde und man geht dann also durchaus diesen Weg in den Blockbuster, in das Event-Kino und das ist dann auch das, was man in den 90er Jahren immer wieder erleben kann, wenngleich der Film, der deutsche politische Film, eigentlich ganz stark marginalisiert ist. Und in den 90er Jahren ist so doch eine, wie man es auch für die Kohlzeit diagnostizieren kann, bleierne Zeit dann des deutschen Films und eigentlich braucht es dann so einen Befreiungsschlag oder man möchte einfach mal fortlaufen, man möchte weg aus diesem bleiernen, aus diesem Zähnen und da rennt dann eine tatsächlich los und das ist dann ein großer Überraschungserfolg, nämlich Lola rennt von Tom Tück war sicherlich sieht man diesen Film heute auch ein bisschen weniger enthusiastisch, als das wohl damals der Fall war. Ich weiß nicht, wie das damals war, da war ich viel zu klein, um das mitzubekommen, aber es war tatsächlich so, wenn man heute drauf blickt, schon immer noch ist es, wenn man heute drauf blickt, nachvollziehbar, dass das damals wirklich mal etwas war, was aus der Reihe war, was aus der Reihe tanzte und eine Geschwindigkeit hatte, die schon im Titel zu lesen ist, die man so vom deutschen Film nicht kannte. Das ist aber leider dann auch zu konstatieren, es gibt immer wieder solche Befreiungsstellen, man denkt aber jetzt, jetzt geht es aber los, ja, zu nennen wäre auch Viktoria von Sebastian Schipper oder Toni Erdmann von Maren Adel, es sind dann doch sehr, sehr solitäre Werke und Läufer, da schließen sich dann am Ende doch nicht allzu viele an. Ich weiß auch noch, als ich 15 war, hatte ich auch Lola Renten noch über so eine interne TV-Aufnahme gesehen, das dann eben im Fernsehen lief und ich war auch total überrascht, weil bis dahin bin ich auch größtenteils eben neben jetzt dem klassischen Feiertagsprogramm mit deutschen Filmen vor allem darüber konfrontiert gewesen, dass es eben diese Komödien gibt und dann noch vielleicht ein paar grauenvolle Actionfilme und sonst halt eben die klassischen ÖRR-Produktion und Lola Rent hat mich dann auch wirklich damals mit meinen 15 Jahren sehr, sehr überrascht, als ich ihn dann gesehen hatte, dass ich mir gedacht habe, wow, okay, das gab es dann auch mal im deutschen Kino, aber dann hat es auch lange gedauert, bis ich wieder irgendwas gesehen hatte, was mich richtig begeistern konnte. Die Frage ist ja jetzt hier, wie ist es denn jetzt, weil wir haben halt, okay, diese einzelnen Erfolgsfilme dann doch, die dann auch vielleicht ein bisschen über Deutschland hinaus wahrgenommen wurden, wie du sie beschrieben hast, aber eigentlich ist zumindest der Ruf des deutschen Filmes in Deutschland selbst ja recht schlecht im Vergleich zu dem, was wir natürlich aus Hollywood bekommen sowieso. Wie wird denn der deutsche Film international wahrgenommen? Wie steht er denn im internationalen Vergleich heute da? Er wird größtenteils ignoriert, außer einzelne Regisseure, die einen gewissen Ruf weltweit haben. Es sind vor allem Regisseure der Berliner Schule. Das ist ein Kino, das Anfang der Nullerjahre entsteht, das nicht jetzt die ganze Zeit Kino aus Berlin macht, aber das sind nun die Orte, das ist der Ort, an dem die Regisseure leben, wo sie ausgebildet wurden. Und diese Berliner Schule zeichnet sich durch eine besondere Sprödigkeit aus. Da ist man im Vorort in den Häusern mit Raufasertapete und dort gibt es familiäre Konflikte oder da ist vielleicht auch noch ein Hauch RAF irgendwo zu spüren, aber es wird nicht mehr ein politisches Kino in dem Sinne daraus, dass man sagt, hier jetzt müssen wir zur Revolution übergehen oder jetzt kritisieren wir den Kapitalismus. Also es ist nicht so, wie das dann durchaus bei Kluge oder Fassbinder der Fall war, sondern es ist ein Kino, das vor allem sehr ruhig zwischenmenschliche Beziehungen schildert, dass das Ambivalente des Deutschseins aufgreift, die Enge der Vorstadt, die Anonymität der Großstadt. Es ist ein Kino, dem man sich vor allem erst einmal ästhetisch nähern würde und das ist etwas, eine neue Art des Filmemachens und auch des Sehens dann, die im Ausland Anklang findet und auch mit Preisen bedacht wird. Aber das ist zugleich dann ein Kino, das jetzt nicht unglaublich populär an der deutschen Kinokasse ist, sondern das nur entstehen kann durch die Filmförderung. Also wir sprechen hier über Regisseure wie Maren Adem, Christian Petzold, Christoph Hochhäusler und einige andere wehren zu nennen. Angela Scharnalek sicherlich als die extremste Ausprägung dieser Richtung. Ja, du hast die Filmpreisverleihung auch schon erwähnt. Das bringt mich eigentlich auch zur nächsten Frage. Was hat es denn mit der Berlinale da auf sich? Also welche Relevanz hat diese wiederum? Ist das dann vergleichbar wie mit dem deutschen Film generell oder? Deutschen Oscars, ne? Ja. Ja, die Berlinale möchte ja eigentlich das dritte große Festival sein neben Cannes und Venedig. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Das kann man daran sehen, dass die großen Regisseure und damit meine ich jetzt nicht die Hollywood-Regisseure, sondern die großen Regisseure des Weltkinos versuchen nach Cannes oder nach Venedig zu kommen und mitunter ziehen sie sogar andere Festivals vor, bevor sie dann auf die Berlinale gehen. Und das liegt nicht nur daran, dass schlechtes Wetter im Februar in Berlin ist, sondern man muss sagen, dass die Berlinale heruntergewirtschaftet wurde, weil Dieter Kostlik, der langjährige Leiter, eigentlich gar kein großes Interesse an Filmkunst hatte, sondern wenn er Pressekonferenzen gab, dann hat er darüber gesprochen, dass sie jetzt irgendwelches Ökopapier verwenden für die Flyer oder dass irgendwo veganes Essen in irgendwelchen Pop-Up-Stores zu kaufen ist, damit man sich auch mal gesund ernähren kann während der Berlinale. Also das waren so die Dinge, die man bei Pressekonferenzen hörte. Und dann hatte er so eine große Lust daran, irgendwelche Hollywood-Stars nach Berlin zu bekommen, damit die dann über den roten Teppich mit ihm schreiten. Und das ist ihm auch geglückt, aber das ist auch kein großes Kunststück, denn es ist ja so, dass alle großen Hollywood-Stars auch in irgendwelchen Filmen mitspielen, weil man sagte, gut, ich nehme noch gerade die vier Millionen Euro Gage mit. Wer will es ihn verdenken? Und das sind aber dann Filme, die kommen nicht ins Kino in dem Sinne, sondern erleben oft nur direkt DVD- Veröffentlichungen oder sie kommen irgendwann mal ins Kino, aber keiner hat sie gesehen. Und so schafft man es aber, wenn da irgendein Brad Pitt oder Richard Gere oder wer auch immer aufgetreten sind in diesen Filmen, die natürlich auf großen Festivals keine Chance haben und da auch gar nicht eingeladen werden, dann schafft man es natürlich, die nach Deutschland zu bringen, auf die Berlinale. Die haben dann ihre Berlinale-Premiere dort. Und dann müssen auch die Stars, weil sie es ja vertraglich unterschrieben haben, ein bisschen Promo für den Film machen und dann kommen diese nach Berlin und dann sagt man, wow, eine Berlinale voller Stars und dann zählt man halt diese fünf Namen aus den Filmen auf, aus Filmen, die keiner danach sehen wird. Und das ist ein ganz großes Problem bei der Berlinale. Zwar wird da auch Filmkunst gezeigt, aber lange Zeit hat man zum Beispiel auch das deutsche Kino überhaupt nicht wahrgenommen auf der Berlinale. Hat nicht interessiert, weil man ja lieber irgendwelche Promispektakel veranstalten wollte. Ich weiß, dass Filme von Maria Schrader da nicht gezeigt wurden, obwohl das dann mal endlich was Interessantes gewesen wäre, was man hätte zeigen können. Das heißt, Dieter Kostic hat da in meinen Augen keinen guten Job gemacht. Die Politik liebte das. Klaus Wovereit und dann auch die anderen Regierenden in Berlin waren froh, sich mit diesen Stars auch mal zeigen zu können. Die dürfen sich ja dann auch ins oder müssen sich ins goldene Buch eintragen. Und naja gut, diese armen Leute da aus Hollywood, die werden dann da im Hyatt Hotel hin und her geschoben. Aber die wissen natürlich im Prinzip gar nicht, dass sie in Berlin sind, sondern die wissen, dass sie da jetzt halt durch müssen und das Schmerzensgeld ist hoch genug dafür. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass dadurch irgendetwas für den internationalen Film oder den deutschen Film getan wird. Und jetzt hat man eine neue Leitung, so eine Doppelspissung, die ist mehr darauf ausgelegt, auf den Film als wichtiges Gut und auch als eigentliches Zentrum einer solchen Berlinale. Und naja, der Vertrag wird nicht verlängert. Claudia Roth hat da im Prinzip die Leitung abgesäbelt. Ich kenne da keine Interna, aber ich schätze Claudia Roth auch so ein, dass sie sich schon freut, wenn da jetzt bald irgendjemand kommt, der so ein bisschen Spektakel macht. Und Politiker sind ja immer froh, wenn man tolle Fotos kreieren kann. Aber eigentlich muss man sagen, ist die Berlinale, wo sie gerade auf dem Weg war, interessanter zu werden, jetzt möglicherweise wieder auf einem absteigenden Ast. Sie hat ja auch, und das ist eine andere problematische Sache, für die jetzt Dieter Kostlik nichts kann oder sonstige Politiker nichts können. Sie hat ja auch kaum Wirkmacht auf das deutsche Publikum. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, wer hat die Berlinale in diesem Jahr gewonnen, dann wisst ihr das nicht. Aber jetzt kommt meine Pointe, ich weiß es auch nicht. Das heißt, ich kriege von der Berlinale, wenn ich nicht gerade dort bin, sehr wenig mit und oft gewinnen irgendwelche Filme, bei denen man weiß Gott nicht weiß, warum das so sein soll. Es liegt sicherlich auch daran, dass zwar Dreisat ein bisschen überträgt, die Gala und so weiter, aber wir haben ja gar keine Sendung im Fernsehen, die sich mit Filmkritik auseinandersetzen würde, die sich mit Film auseinandersetzt, wo Filmkritik im Mittelpunkt steht. Das haben wir alles nicht. Das heißt, wir haben rote Teppichberichterstattungen, irgendwelche Interviews mit Schauspielern, die sagen, dass es amazing war, mit dem Regisseur zu arbeiten. Und dann gibt es halt noch Filmkritik im Radio. Aber eigentlich findet die Berlinale für die Branche statt, für die Filmkritikbranche, für die Filmbranche. Und deswegen ist das für Außenstehende nicht besonders interessant. Ich muss das leider sagen. Ich weiß, dass da jetzt einige Filmkritikkollegen mir böse sind, wenn ich das so behaupte. Aber ich war ein paar Mal da und vielleicht gehe ich auch mal wieder hin. Aber es ist wirklich so, dass man, selbst wenn man sich Mühe gibt und wie viele Filme schafft man dann während der Berlinale ja so drei bis vier am Tag, also irgendwas so zwischen 28 und 32 Filmen schafft man während man dort ist, dann muss man doch sagen, das meiste ist wirklich grauenhaft. Okay, das war vernichtend. Es klingt ja wirklich schon so, wie du es jetzt beschrieben hast, vor allem mit der Wirkung für Berlin selber, wie diese Propaganda-Veranstaltungen in irgendwelchen ominösen Staaten wie Nordkorea oder Co., wo man sich dann hier im Westen drüber beömmelt, dass das eigentlich nur reine Propaganda-Veranstaltungen sind, wenn dann irgendwelche internationalen Promis mit ordentlich Schmiergeld dann nach Nordkorea oder Turkmenistan geladen werden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Hollywood-Stars sagen, Mensch, das ist aber großartig. Ich kann im Februar bei Minusgraden durch Berlin latschen und dort irgendwelchen Lokalpolitikern die Hände schütteln. Also das ist ja klar, dass die nur aus Publicity-Gründen kommen für den Film, also weil sie das vertraglich zugesichert haben oder weil sie vielleicht sonst noch dann irgendwo ein Honorar abgreifen können. Ich sehe auch da nicht die Berlinale als der Ort, wo wirklich Film stattfindet. Die Jury-Zusammensetzungen sind mitunter irre, muss man sagen. Und ich glaube tatsächlich, es fällt mir auch nicht leicht, das zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass Söders Anliegen, das Münchner Filmfest als große Gegen-Berlinale zu etablieren, möglicherweise erfolgreich sein könnte, wenn die in Berlin noch so weitermachen. Also das ist durchaus gegeben. In München herrscht da eine etwas andere Atmosphäre. Das hat jetzt auch nicht Weltgeltung, das Festival. Aber man kümmert sich dann doch mehr um den deutschen Film oder hat mal so interessante Ausrichtungen. Jetzt mal Brasilien in den Mittelpunkt oder wir machen mehr Genre. Es findet meines Erachtens da mehr Diskussion und all das statt. Ich war mal da, kann jetzt auch nicht sagen, wie das jetzt in diesem Jahr gewesen ist oder nächstes Jahr sein wird. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das dahin verschiebt. Ich finde die zu starke Konzentration auf die Berlinale jedenfalls falsch, dass es viele kleine Festivals in Deutschland gibt. Zum Beispiel auch jetzt gerade das Filmfestival in Köln, die vielleicht nicht all die Premieren haben, sondern viele Filme, die schon mal irgendwo Premiere hatten. Aber wo auf jeden Fall eine Atmosphäre geschaffen wird, wo man über Filme diskutieren kann, wo auch Regisseure anwesend sind, aber dann vielleicht nahbarer als bei der Berlinale. Insofern, wo nicht so ein Hype ist, aber man gut an Karten kommt, vielleicht sollte man eher den Fokus auch darauf legen. Wenn man jetzt wirklich interessiert ist, also Festivals besuchen will, dann würde ich jedem empfehlen, eher nach den kleinen Festivals zu schauen, die günstiger sind, wo man sich nicht in lange Warteschlangen stellen muss. Und da hat man wahrscheinlich mehr vom Film. Du hast es gerade ja auch schon einmal angesprochen bezüglich der Berlinale. Das, was da jetzt gezeigt wird, da, wofür jetzt da Preise verliehen werden, das ist nicht wirklich das, was jetzt das deutsche Publikum sonderlich interessiert. Vielleicht können wir da dann jetzt auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich um die Ökonomie des deutschen Films steht. Weil von den Sachen, die du schon angesprochen hast, da finde ich, sind ja schon einige spannende Sachen angeklungen. Also die Wichtigkeit der Filmförderung in Deutschland, aber auch was, was ich immer so im Kopf hatte, eben auch diesen doch sehr im internationalen Vergleich stark finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir auch sehr, sehr viele Produktionen fürs Fernsehen dann haben. Wie schaut es denn dann eigentlich in Deutschland aus? Wie groß ist eigentlich der Markt für einen deutschen Film? Was sind das für Firmen, die den Markt beherrschen? Und wie macht man eigentlich in Deutschland einen wirklich erfolgreichen Film? Was wollen die Leute sehen? Das sind jetzt sehr viele Fragen. Also zum nächsten Mal ist an den deutschen Kinos ein Umsatz von 750, 800 Millionen Euro durchaus zu erzielen im Jahr. Die Zahlen gehen immer mal wieder nach oben, dann etwas nach unten. Die Deutschen sind keine großen Kinogänger im Gegensatz zu den Franzosen. Aber auch wenn man ein gutes Jahr hat, kann man immer festhalten, der deutsche Film kann sich bis auf wenige Ausnahmen, und das sind die Ausnahmen, die uns eher nicht so recht sind, kann sich nicht rechnen. Das heißt, nur mit einer staatlichen Finanzierung ist es möglich, dass Filme gedreht werden. Anders ist das nicht denkbar, es sei denn, man hat jetzt internationale Streaming-Dienste wie beispielsweise Netflix, die eine ganz andere Distribution haben können und deshalb auch viel Geld nach Deutschland zum Beispiel geben, um Filme oder Serien zu produzieren. Und die sind dann nicht so sehr angewiesen auf Filmförderung, wenngleich da ja auch, wenn internationale Filmfirmen oder Studios kommen, zurückgegriffen wird auf Filmförderung. Also da wird auch sehr viel so im Mitnahmeeffekt eingesammelt, kann man festhalten. Die Filmförderung ist ja so strukturiert, dass sie vor allem von den Ländern vergeben wird. Also NRW hat eine Filmförderung, Rheinland-Pfalz übrigens nicht. Und das bedeutet immer einige Verpflichtungen. Das heißt, der Film muss dann zwar nicht in NRW gedreht werden, aber vielleicht dort geschnitten werden. Solche Dinge müssen dann schon beachtet werden. Aber ganz ohne Filmförderung geht es nicht. Diese Entscheider-Gremien, nun, die sind sehr stark von Funktionären besetzt, die da oft mit zweierlei Maß messen. Das heißt, man hat etablierte Namen, die quasi Plankoschecks bekommen. Die können, sagen wir mal, machen, was sie wollen. Und das sind dann auch häufig die besagten Namen. Und die anderen müssten zittern darum, dass sie genügend Förderung bekommen. Jetzt gibt es gerade einen Aufstand von jungen Regisseuren, die sich beklagen. Sie sind ausgebildet worden, aber man sagt ihnen, eigentlich ist kein Geld da, um den ersten oder zweiten Film zu drehen. Also das ist erstmal sehr misslich. Hinzu kommt, dass auch die großen erfolgreichen Filme Filmförderung erhalten. Also diese typischen deutschen Komödien, diese schrecklichen. Wenn sie dann so erfolgreich sind, dann zahlen sie diese Förderung tatsächlich zurück. Aber das bedeutet natürlich immer, dass dieser Fördertopf, wenn der dann abgegeben wird an diese anderen, erst einmal sich ja leert. Und dann zahlen die zwar die Förderung zurück, aber da bekommen dann nicht die anderen dafür das Geld. Also es ist so, dass wir es mit einem Topf zu tun haben, mit der Filmförderung. Und dann bewerben sich die Leute darauf. Und wenn jetzt diese deutschen Komödien auch Förderung erhalten, dann geht die Förderung an die. Auch wenn die die nachher zurückzahlen, ist das im Prinzip egal, weil nicht dadurch dann mehr gefördert werden. Das heißt, dadurch, dass man immer auch jene fördert, die eigentlich kommerziellen Scheiß machen, auf Deutsch gesagt, sorgt man dafür, dass weniger Förderung an die anderen geht. Und das ist eine Konstruktion, die nicht besonders gut ist, wo man auch mal darüber nachdenken sollte, ob nicht manche Filme auf eigenen Beinen stehen sollten. Und wenn sie dies nicht tun können oder floppen an der Kasse, dann ist das so, dann ist das das unternehmerische Risiko, wie das in anderen Ländern auch der Fall ist. Dass dann solche Filme sogar noch Sonderförderungen abgreifen, um die DVD-Veröffentlichung zu finanzieren. Wo man ja sagen kann, das sind Filme, die haben ja Millionen Zuschauer gehabt, die werden also auch ganz ordentliche DVD-Verkäufe haben. Ist zum Himmelschreien komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Da liegt also unglaublich viel im Argen. Und es ist sicherlich ein Problem, dass das deutsche Fernsehen so viel Mitspracherecht hat. Denn sehr viele dieser Filme, die produziert werden, werden natürlich dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt, oft zu nachts schlafender Zeit. Und dort werden aber dann auch noch mal diese Redakteure als Kreativitätsverhinderer eingesetzt, indem sie auch noch mal irgendwelche Ansprüche haben an das Drehbuch, wie das eigentlich verlaufen soll, was besser nicht gezeigt wird und nicht so viel Alkohol trinken und nicht so viel rauchen und und und. Also das, egal mit wem man sich aus der Filmbranche unterhält, jeder kann da die tollsten Anekdoten erzählen. Wenn man jetzt bedenkt, dass diese Filme eh nur mal da ausgestrahlt werden, damit sie gesendet wurden und trotzdem aber der Einfluss da des Öffentlich-Rechtlichen so groß ist, fragt man sich schon, ob man das nicht in anderer Weise entzerren sollte. Also sollte man diese Redakteurslogik mit da hineinbeziehen. Jetzt muss ich aber auch der Gerechtigkeit halber sagen, es scheint sehr, sehr gute Redakteure zu geben und es gibt auch Regisseure, die sagen, ja, ich habe da immer ein wahnsinniges Glück. Ich darf bei dem und dem Sender machen, was ich will. Die haben ein großes Vertrauen. Aber man sieht hier, es hängt halt ganz, ganz viel von der Frage ab, gefällt mir die Nase des anderen oder nicht. Und damit sind wir eigentlich in so einem Bereich, wo in einer Art Gutsherrenmanier Geld, und zwar Steuergeld, vergeben wird. Das ist ganz, ganz schwer. Ich bin nicht gegen eine Abschaffung der Filmförderung. Zum Teil würde ich sogar sagen, muss man sie ausweiten, damit auch junge Filmemacher die Chance haben, das zweite Projekt oder dritte Projekt zu realisieren. Das ist ja oft schwieriger dann wieder, vielleicht auch wenn der erste Film nicht so erfolgreich war, nochmal eine Chance zu bekommen. Aber es ist ganz klar, dass man dort sehr viele Entscheider hat, die wenig von der Filmkunst verstehen und auch wenig vom Business verstehen, die aber dort eigentlich ziemlich machen können, was sie wollen. Das heißt, wir haben es ja auch mit Blackboxen zu tun. Man erfährt immer mal wieder Anekdoten. Ich muss sagen, ich beschäftige mich nicht so sehr damit, weil ich ja nicht selbst Filme machen will. Aber es ist doch besorgniserregend. Sorgt dann aber dafür, dass wir diese generischen Komödienproduktionen haben, bei denen ja auch die Plakate alle gleich aussehen. Und dann ändern sich die Gesichter. Also es ist ein bisschen weniger Matthias Schweighöfer geworden, weil der jetzt in den USA sein Unwesen treibt. Dafür sehen wir halt auf jedem zweiten Plakat Friedrich Lau oder Elias Mbarek. Also das heißt eigentlich, wir haben in Deutschland nochmal eine staatlich unterstützte, sowieso schon im Filmbusiness existierende Monopoltendenz. Also das klingt ja eigentlich schon fast so, als wäre es eine Art Rettungspaket, was schon im Vorhinein eigentlich für diese Komödien geschnürt wird. Sie kriegen die Filmförderung und wenn sie dann finanziell erfolgreich sind, dann zahlen sie es zurück. Aber wenn nicht, dann haben sie im Endeffekt ein kleines Auffangtuch, was dafür sorgt, dass der Fall nicht ganz so hart ist und sie dann im Endeffekt im nächsten ja das gleiche wieder verbrechen können. Die Verluste werden verstaatlicht, die Gewinne werden privatisiert. Also wie sich das jeder Unternehmer erträumt, auch fortwährend einfordert, so ist das, ja. Also das ist eigentlich eine sichere Bank. Und ich bin auch erstaunt, wie tapfer man an diesen deutschen Komödien festhält, denn sie floppen ja jetzt sehr, sehr stark. Also es ist ja nicht so, wenn das jetzt alles so Schuh des Manitou Erfolge wären, ja. Dann würde ich ja sagen, okay, das Publikum will es sehen, dann ist es halt so. Aber es stimmt ja gar nicht. Das Publikum ist ja angewidert. Wenn man in Sneak Previews ist und da wird eingeblendet, dass sich um einen deutschen Film handelt, dann verlassen viele Menschen fluchtartig den Saal und meistens zu Recht, muss man sagen. Ja, wir haben natürlich da verschieden, also das ist ein Monopol in dem Sinne, es ist so eine Oligarchie aus verschiedenen Fernsehsendern. Also wir haben ja einige davon, die Mitsprachrecht haben. Dann gibt es die Landesförderung, dann gibt es was vom Bund. Also verschiedenste Konstrukte. Und dann haben wir natürlich, weil die ja nicht staatlich produzieren, haben wir natürlich die Privaten, die da angedockt sind, also die privaten Filmproduktionsfirmen. Und die ändern sich ja die ganze Zeit. Also gerade beim Fernsehen ist das jetzt All Three Media. Wie heißt diese andere? Bani Fair oder was das ist. Dann gibt es natürlich immer noch Konstantin Film, die sehr, sehr wichtig sind. Also die dann solche Hits auch hatten wie A Shoot Is Money To beispielsweise oder auch die Fuck You Goethe-Reihe. Also da wird auch richtig Geld verdient. Und zugleich aber sind da natürlich auch wieder viele internationale Gelder drin. Also es ist ja keineswegs so, dass wir es hier mit deutschen Familienunternehmen zu tun haben, sondern das sind dann auch oft Tochtergesellschaften von viel größeren Konsortien. Und dann gibt es noch kleinere Filmverleiher, Filmproduktionsfirmen. Also es gibt schon auch wirklich den kleinen Mittelstand. Der wird aber eigentlich viel zu wenig gefördert und hat auch dann oft kaum Chancen ins Kino zu kommen. Denn das ist ja auch das Problem, dass wir es manchmal mit sehr interessanten Filmen zu tun haben. Aber eigentlich diese Filme nur auf wenigen Festivals zu sehen sind oder nur in ganz, ganz ausgewählten Programmkinos. Und das ist ja auch frustrierend. Also ich weiß gar nicht, wie erstrebenswert das jetzt heute für Regisseure ist, Filme zu machen. Wenn man darüber nachdenkt, dass diese Filme oft 30.000, 40.000 Zuschauer haben und da wird zwei, drei Jahre dran gearbeitet und die kosten immens viel Geld und Nerven. Das ist einfach so viel wie Filmanalysen, die nicht so gut ankommen, bei mir Aufrufe haben. Ja, dann muss man sich ja auch mal überlegen, inwieweit das Kino dann der richtige Ausspielort ist. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich weiß da auch keine Antwort drauf. Also ich kann auch nicht empfehlen, geht alle zu Netflix, denn dort scheint auch die Blütezeit der freien Kreativität eher vorbei zu sein, nach allem, was man so hört. Das mit der Filmförderung hat mich auch zu dem Gedanken gebracht, zu dem nächsten Oberthema, die Ideologie des deutschen Filmes, weil man natürlich auch jetzt die Frage stellen kann, wie viel Einfluss nimmt das dann auf die entsprechenden Filme? Das ist ja gerade schon so ein bisschen mit Alkohol und Zigarettenkonsum, glaube ich, angedeutet. Aber kann man da auch davon sprechen, dass es da eine Einflussnahme durch diese Förderung gibt oder ist das dann einfach frei schaffen und wird einfach nur Geld reingeschoben? Ich gehe nicht davon aus, dass man es dort mit Ideologen in der Weise zu tun hat, dass sie ein politisches Programm gern auf der Leinwand wiederfinden wollen. Wir haben es hier mit Opportunisten zu tun, die oft nicht wissen, was sie tun, aber sie tun es. Also von Intention kann man in dem Sinne beim deutschen Film nicht ausgehen. Ja, man wird sicher, bei jemandem wie Till Schweiger eine gewisse Privatideologie im Film wiederfinden und das spiegelt sich dann ganz gut mit seinen Facebook- und Instagram-Posts. Aber in der Regel würde ich sagen, sind die meisten, die dort als wichtige Akteure auftreten, sowohl als Regisseure, Drehbuchautoren als auch Produzenten. Ideologisch sehr anpassungsfähig, um nicht zu sagen opportunistisch und sie haben die Ideologie so sehr internalisiert, dass sie sie gar nicht mehr abrufen müssen, sich selbst transparent machen müssen und diese dann in ein Drehbuch gießen müssen, sondern das entsteht einfach so. Also mein Lieblingsbeispiel wäre da die Bibi und Tina-Reihe von Detlef Buck. Ich habe Detlef Buck ein paar Mal in Interviews gesehen. Ich glaube, dass er mir nicht einen interessanten Satz zum Thema Eigentumslogik und Bürgertum sagen könnte und trotzdem ist natürlich die bürgerliche Eigentumsideologie so fest in diesen Filmen verankert, dass selbst die CSU von Knight erblassen würde, dass man das alles in so einen Kinderfilm reinstopfen kann. Aber Detlef Buck selbst ist vermutlich unbeleckt von allem und glaubt, dass er einfach einen schönen Kinderfilm macht. Also da muss man immer die Ahnungslosigkeit der Akteure voraussetzen. Also das sind keine sinistren Gesellen, die sich da irgendetwas ausdenken. Es ist eigentlich viel schlimmer. Sie wissen überhaupt nicht, welche Verbrechen sie anrichten. Bei Bibi und Tina haben wir ja teilweise sogar noch feudale Verhältnisse, die verherrlicht werden. Wenn ich zumindest so daran zurückdenke, als ich die mal gesehen habe. Das ist ja auch eine gute Tradition. Man hatte also immer wieder im deutschen Kino die große Flucht aus der Wirklichkeit herausgesucht bzw. hat immer wieder den Feudalismus reingezogen als irgendein anständiges, gutes Deutschland, ein interessanteres Deutschland. Der nationalsozialistische Film spielt in der Regel nicht im nationalsozialistischen Deutschland. Das ist festzuhalten, sondern der spielt irgendwie in so einer etwas ungefähren Kaiserzeit, irgendwas 19. Jahrhundert, aber könnte auch schon 18. Jahrhundert sein. Es ist nicht so ganz klar, aber wenn irgendein Graf auftaucht, dann kann das nicht schlecht sein. Und so ist es bis heute geblieben. Vielleicht liegt darin ja auch so ein bisschen das Aufkommen und Erstarken der Reichsbürger begründet als ein Fakt und Pflicht. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne These. Ja, das ist eine schöne These. Vielleicht sollte man wirklich so das in Anschlag bringen gegen die Filmförderung und sagen, guck mal hier, das ist doch ganz gefährlich für unsere wunderschöne Demokratie, was ihr hier macht. Und dann würden sie vielleicht zusammenzucken, dann könnte man etwas ändern. Ich habe nicht den Eindruck, dass man diesen Funktionären da was beibringen kann oder so. Es wird das Publikum vielleicht dann eher ausrichten können, aber man kann sicherlich nicht von einer deutschen Ideologie des deutschen Films sprechen, weil man dafür viel zu viele Akteure hat. Was man aber festhalten kann, ist, dass der deutsche Film in der Regel nicht bereit ist, sich mit dem Rahmen, in dem das alles so spielt, sich auseinanderzusetzen. Das heißt also, eine Staatskritik zu üben. Und wir sind ja nun hier in einem durchaus anarchistischen Podcast, deswegen sei es gesagt. Eine Staatskritik zu üben ist etwas, was dem deutschen Film fern liegt, was wir bei Fassbinder aber spüren konnten beispielsweise. Was aber sonst eigentlich kaum thematisiert wird. Dominik Graf hat es gemacht in einem Tatort, wo er einmal diese Stammheim-Selbstmorde in Anführungszeichen mal in einer anderen Fiktion erzählt hat, woraufhin direkt einige Politiker böse wurden. Wie man das dann machen kann, das sei ja nun eine Verschwörungstheorie und so weiter. Dominik Graf kommt aus dem Genre-Film. Da, wo die harte Straße zu sehen ist, wo die Polizei nicht nur für Recht und Ordnung sorgt, ja, da hat man vielleicht eine andere Haltung dazu. Aber sonst ist man in größter Staatstreue im deutschen Film. Man kritisiert zwar mitunter, was so alles passiert in Deutschland, durchaus auch, setzt man sich ja kritisch mit Rassismus oder so auseinander. Aber dass man tatsächlich mal den Rahmen an sich in Frage stellt, das ist etwas, was man genauso wenig findet wie eine gut ausgearbeitete Kapitalismuskritik. Auch das ist etwas, was in Deutschland nicht stattfindet und da ist auch nicht irgendwas migriert oder übrig geblieben aus dem DDR-Film. Und es ist ganz interessant, ich habe mich auch oft gefragt, warum ist das eigentlich so, auch gerade nach 2008, nach der Finanzkrise, warum kamen da eher die kapitalismuskritischen Filme aus Hollywood? Nun, in den USA ist der Kapitalismus so fest im Sattel, dass man nun wirklich keine Sorge haben muss, dass da der Sozialismus bald kommt. In Deutschland braucht man diese Sorge in Anführungszeichen auch nicht zu haben, aber es war ja schon mal sowas in der Art da mit der DDR. Das heißt also, Vorsicht, die Angst ist groß, dass, ja, also da gehen alle einen Schritt zurück und sagen, ja, aber du wirst doch wohl nicht die Stadienherrschaft rechtfertigen wollen etc. Also da ist man sehr viel vorsichtiger, weil man sagt, ja, wir hatten ja schon mal so eine Art Alternative gehabt. Also Alternative ist generell etwas Denkbares und deswegen potenziell Gefährlicheres als in den USA, wo ich sagen würde, da ist jetzt die Alternative nicht mal im Ansatz auch nur denkbar. Und deswegen kann man sich vielleicht dort viel härter mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, weil man doch am Ende die Sicherheit hat, es wird schon sich nichts verändern, egal wie kritisch dieser Film ist. In Deutschland hat man dann doch schon sehr viele Bedenkenträger, die sagen, es geht aber doch ein bisschen weit, können wir nicht lieber noch auch mal die gute Seite des Unternehmertums zeigen. Und das macht den Film, weil er das auch immer so ausmoderieren will, so langweilig. Ich glaube, man kann sich den deutschen Film schon ganz gut so vorstellen wie die typische Anne Will oder Maischberger Sendung, wo man auch mal eine andere Stimme zulässt, aber doch unisono eigentlich so in eine Richtung geht. Und ästhetisch wagt man dann auch nicht besonders viel, bis auf einzelne Solitäre einmal abgesehen und dadurch hat der deutsche Film so etwas sehr lähmendes, ja. Ja, ich finde den Anne Will Vergleich sehr gut, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn jetzt Gesellschaftskritik im deutschen Film versucht wird umzusetzen, dann hatte das für mich auch immer sehr viel eigentlich von so öffentlich-rechtlichen Satiresendungen, von dem, was man sich jetzt da noch traut und was man kritisiert. Und das ist ja auch selbst das, wenn ich mir jetzt angeschaut habe, das was so die, also zumindest populär gesellschaftlich so als am linkesten dann irgendwie fandet, wo natürlich in der radikalen Linken sehr stark kritisiert, mit jetzt so Filmen wie Und morgen die ganze Welt. Das sind ja dann Sachen, die arbeiten sich dann auch primär an den Sachen ab, die jetzt so ein neuer deutscher liberaler Nationalismus auch als das Negative sehen wird. Homophobie, Transphobie, natürlich Neonazis, wieder erstarkende Gefahr durch die radikale Rechte. Und wenn es dann wirklich mal um radikalere Staatskritik gehen sollte, dann habe ich das Gefühl, dann wird das vor allem in Deutschland an historischen Themen verarbeitet. Und dann nimmt man eben die DDR, um zu zeigen, ja, das ist das, was passieren kann, wenn es zu einem totalitären System kommt. Dann kann man natürlich auch noch ganz gut eine antikommunistische Kritik hinterher schieben. Und wenn es dann eben um Rassismus und Antisemitismus geht, dann hat man eben natürlich auch immer das Dritte Reich, wo man sich dann nochmal dran abarbeiten und mit beschäftigen kann. Ja, in der Tat, ich kann dem nur zustimmen. Vielleicht finde ich es dann trotzdem nochmal einmal spannend, als letzten Punkt bei der Ideologie zu fragen, wenn wir uns jetzt diese ganzen Komödien anschauen. Also natürlich können wir da jetzt nicht irgendwie in die Tiefe gehen, aber das ist ja so schon fast zu dem archetypischen deutschen Film geworden. Wie würdest du denn jetzt sagen, nach den ganzen Sachen, die du dir da antun musstest, die du analysiert hast, wie werden denn jetzt diese gesellschaftlichen Konflikte eigentlich in diesen Komödien behandelt? Und was ist es dann am Ende, was eigentlich, ja, für eine ideologische Aussage dabei rauskommen soll, wenn wir jetzt beispielsweise die Filme von Til Schweiger nehmen? Diese Filme arbeiten eigentlich alle mit einem vorpolitischen Raum. Das heißt, es findet dort das Politische scheinbar gar nicht statt, womit ich nicht sagen will, dass die Filme unpolitisch sind. Aber diese Filme arbeiten damit, dass es Konflikte unter Freunden in der Familie gibt, dass es private Nöte gibt von der Erektionsstörung bis zur Scheidung. Und dies wird dann auf humorvolle Weise, die aber einen leider nicht lachen lässt, gelöst. Das heißt aber, dass man nicht versucht, eigentlich diese Figuren, die man sieht, in einer Gesellschaft zu platzieren, die regiert wird von einer konservativen Partei oder in der es den Kapitalismus gibt oder in der es Probleme gibt, zum Beispiel mit der Emanzipation der Frau etc. Sondern man versucht, all dieses Politische auszusparen und erzählt es als individuelle Geschichten, in denen dann der Staat eigentlich nicht vorkommt, höchstens in einer Form, dass man sich gegen irgendetwas bewusst setzt, indem man irgendwelche Political Correctness Fälle humoristisch aufgreift. Ja, dass man also versucht, dort ein bisschen auf dem Feld des Kulturkampfes zu rejussieren. Aber man hat eigentlich nicht politisches in dem Sinne dort wie Erbschaften, Vermögen, Ungleichheit. Lohnarbeit kommt zum Beispiel so gut wie kaum in diesen Filmen vor. Also diese Leute müssen zwar auch was arbeiten oder haben irgendein Unternehmen oder sind Produzenten, Musikproduzenten, das sind ja so die Jobs, die wir dort sehen. Aber eigentlich sehen wir diese normale Erwerbsarbeit, der ja nun die meisten Menschen in Deutschland nachgehen, überhaupt nicht repräsentiert. Und ich meine jetzt nicht, dass ich den Arbeiterfilm hier laufend einfordere, ja, aber dass das einfach die Arbeit gar nicht als Thema ist, sondern eigentlich immer nur, das ist nicht nur der Film für nach Feierabend, sondern auch der Feierabend ist Inhalt des Films und nie die Arbeit. Das ist schon etwas sehr Erstaunliches. Also wo sehen wir überhaupt Menschen bei der Arbeit zu? Klar, es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel den wunderbaren Film in den Gängen von Thomas Stuber, der in einem Supermarkt spielt. Aber in der Regel sehen wir gerne Menschen bei der Arbeit zu, wenn sie bei der Polizei sind, ja. Jeden Sonntag im Tatort gucken wir Menschen bei der Arbeit zu, nämlich Polizisten, Kommissaren. Aber sonst ist die Arbeit abwesend. Ja, das hört sich ja wirklich dann insgesamt doch so düster an, wie wir es vor ungefähr einer Stunde dann auch prognostiziert haben. Ja, man sollte sich auf alle, ja, die Lichtblicke, man sollte sich wirklich auf all die Lichtblicke konzentrieren, die es gibt. Und dann hat man ja auch schon mal einiges zu tun. Nun, ich bin, wie gesagt, kein Serienfan, aber ich möchte doch eine deutsche Serie empfehlen, die ein ganz schlimmes Schicksal hatte. Sie war eigentlich zu früh, ehe der Serienhype in Deutschland so richtig begann. Als er dann begann, hatte man die Serie schon wieder vergessen und hat jetzt ja auch sehr viel generisches Zeugs produziert. Aber es gab da etwas, nämlich im Jahr 2010 im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf. Zehn Folgen, a 50 Minuten mit Max Riemelt, Ronald Zerfeld, Marie Bäumer. Das ist einfach ganz, ganz großes Kino, sage ich bewusst, ob es für das Fernsehen gemacht ist. Das ist eine Serie, die spielt in Berlin im Milieu der Russenmafia. Es ist ein spannender Thriller, es ist Romanze, es hat Erotik. Es ist eigentlich mal wirklich ein großer Berlin-Film, wenn man so sagen will. Und ich empfehle diese Serie wirklich nochmal mit Nachdruck, dass man sich das ansieht, was hier gemacht wurde. Denn man merkt plötzlich, was also im deutschen Film, im deutschen Fernsehen auch möglich wäre, wenn man nur jemanden hat, der sich traut. Dann möchte ich ein Drama empfehlen über eine große deutsche Schauspielerin, nämlich Romy Schneider. Oder man kann sagen, österreichische Schauspielerin ist ja in Wien geboren. Romy Schneider hat ja gesagt, dass sie im Film Alles kann im Leben nichts. Und wie sehr dieser Satz stimmt, das kann man sehen in einem Film von Emily Artev aus dem Jahr 2018, der den Titel hat, drei Tage in Quiberon. Das ist ein Film, in dem Marie Bäumer hinreißend Romy Schneider spielt. Und man sieht, wie Romy Schneider dort sich versucht, in der Bretagne zu erholen, zu entgiften. Und wie sie dann nicht nur Besuch von ihrer Freundin, gespielt von Birgit Minichmeier, bekommt, sondern auch von Sternjournalisten, die eine große Story über sie machen wollen. Und es ist ein hinreißend trauriger, wunderschöner Film. Und ich kann da nur sagen, das muss man gesehen haben, allein, was Marie Bäumer da macht. Als drittes würde ich noch empfehlen von Maria Schrader, ein Film über Stefan Zweig vor der Morgenröte. Ein wunderbarer Film über einen Schriftsteller, der ins Exil gehen muss. Und dieser Film ist so ganz anders als die typischen Biopics. Und da kann man auch sehen, was der deutsche Film eigentlich kann. Außerdem würde ich noch für die 70er Jahre und 80er Jahre die Filme von Roland Klick empfehlen. Das ist ein Regisseur, dessen Filme jetzt inzwischen alle auf DVD sind. Und das ist interessant, wie schmutzig, wie wild das Kino einmal war. Auch das sollte man sich unbedingt ansehen. Und wenn man da so unterwegs ist und dann noch so ein paar Dinge des neuen deutschen Films gesehen hat, dann kann man ja vielleicht doch auch nochmal in die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen. Nicht um diese Propagandafilme sich anzusehen, auch nicht diese Schlager- und Operettenfilme. Aber ich würde sagen, es gibt da doch einen Regisseur, den man dringend sich mehr ansehen sollte. Und das ist Helmut Keutner. Helmut Keutner war jemand, der im Nationalsozialismus Filme produziert hat, aber sie waren frei von nationalsozialistischer Ideologie. Und ich empfehle da sehr Große Freiheit Nummer 7 mit Hans Albers und Ilse Werner. Ja, ist doch auch schön, wenn wir dann heute damit rausgehen, dass wir noch ein paar Filme haben, die uns dann ein wenig Hoffnung da geben können, wo wir sicherlich jetzt auch nochmal etwas nachzuholen haben zum Anschauen. Das kann natürlich dann auch motivieren, weil von all dem, was du ja vorbeschrieben hast, scheint es ja so, als wäre das Einzige, was uns wirklich noch und den deutschen Film dann dahingehend retten könnte, dann wirklich eine Revolution, die es braucht, um dauerhaft vernünftige Filme und interessante Filme aus Deutschland zu haben. Und in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, vielen lieben Dank, Wolfgang, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und uns so wunderbar durch die Geschichte, durch die Ideologie und die Ökonomie des deutschen Films geführt hast. Und ja, wir hoffen, dass wir dich nochmal wiedersehen. Ich danke euch, es war mir ein Vergnügen. Glück auf. Glück auf. Dich so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Über-Tage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Das nächste Mal bei Über-Tage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Das nächste Mal bei Über-Tage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.